Hallo, ich bin Annette Gümbel vom Förderverein der Dietrich Bonhoeffer Schule aus Lich. Mit dem kostenlosen Bonusprogramm Vereinsliebe der Volksbank Mittelhessen haben wir 5000 Euro gewonnen. Damit kaufen wir einen Wasserspender für unsere Schule. Vielen Dank, liebe Volksbank. Ja, ich habe mich sehr auf die WM gefreut. Ich habe mich leider positiv getestet am Anfang Januar in Schwerden. Und ich war zwei Wochen in Quarantäne in einem Keller bei meinen Eltern. Aber ich bin da später nachgereist. Und ja, die WM war unglaublich. Also, das war das erste Mal ein großes Turnier zu spielen für mein Land. Und das war unglaublich. Und die Erfahrung war super und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, ich habe hier in Wetzlar viel Erfahrung gesammelt und auch unglaublich viel gelernt. Und ich glaube, dass ich in Flensburg noch ein bisschen lernen kann und auch noch ein bisschen mehr Erfahrung bekommen. Und ja, Flensburg ist natürlich eine Topmannschaft. Und sie spielen den Titel jede Saison. Und als Sportler will man natürlich da oben kämpfen und das darf ich in Flensburg. Ja, natürlich freue ich mich auf Flensburg. Aber die nächsten sechs Monate würde ich natürlich alles machen für Wetzlar und ja, alles geben. Ich finde, wir haben eine Topmannschaft hier auch. Und wir können wirklich jede Mannschaft schlagen. Und das hoffe ich, dass wir zeigen können, dass jetzt die nächsten paar Spiele hier. Hannover hat eine sehr gute Mannschaft. Ich finde, auf jeder Position haben sie gute Spiele. Zwei gute Torwart, zwei sehr gute Kreislaufers. Und wir müssen wirklich gut stehen in der Abwehr, kompakt und aggressiv. Und hoffentlich können wir ein paar einfache Gegenstoßtore machen. Und wenn wir das schaffen, dann glaube ich, dass wir eine gute Chance haben, die zwei Punkte zu holen. Ja, natürlich freuen wir uns. Wir haben schon lange nicht zusammengespielt. Ein paar Testspiele haben wir. Aber ja, Bundesliga ist etwas ganz anderes. Und wir haben viel Spaß in der Mannschaft und wir freuen uns unglaublich viel für das nächste Spiel hier gegen Hannover. Bis zum nächsten Mal.